So, wir haben jetzt also fast alles drin. Wir haben in die Titel geguckt, in die Fotos geguckt, in die Musik geguckt, durch Ein- und Ausschalten aktiviert und deaktiviert man das. Und jetzt können wir nochmal in die Übergänge reinschauen. Das funktioniert im Endeffekt genauso. Ich weiß nicht, ob man sowas braucht, aber manchmal hat man ja Lust, vor allen Dingen bei Überblendungen könnte das interessant sein. Denn man nimmt das, immer das gleiche Prinzip und zieht das einfach rein und dann ist das drin. Und dann kann man das noch bearbeiten, indem man hier eine Länge bestimmt. Und dann könnte man im Endeffekt, wenn man keine Überblendung will, auch einen anderen Effekt, einen direkten Zugriff auf einen anderen Effekt haben. Aber vorsichtig immer mit Effekten, die sollten schon Sinn machen. Meistens irritieren die nur. Wenn ich was nicht haben will, lösche ich es einfach raus. Fertig.